Ihre Mission, unterprivilegierte Mädchen in Kapstadt für technische Berufe fit zu machen. Dafür hat die Südafrikanerin vor 13 Jahren die gemeinnützige Organisation Girl Hype gegründet. Hier dreht sich alles ums Programmieren. Jemand brachte es mir in gerade mal einer Stunde bei. Und mir wurde klar, wunderbar, das ist eine Fähigkeit, die jeder lernen sollte, jedes Kind. Und weil ich mich als Feministin verstehe, wollte ich mich auf Mädchen konzentrieren. Um erste Programmierkenntnisse zu vermitteln, ist Baratang Meher regelmäßig in den Townships unterwegs. Sie bietet an mehreren Schulen Nachmittagsunterricht an. Finanziert wird Girl Hype durch Spenden und Joint Ventures mit Tech-Unternehmen. Bis heute wurden mehr als 10.000 Mädchen gefördert. Wir müssen die Mädchen schon davon überzeugen, dass Programmieren ihr Leben verändern wird. Und das vor allem deswegen, weil es zu wenig Vorbilder gibt und keine schnellen Endergebnisse. Deswegen gibt es uns. Wir wollen so viele Frauen wie möglich zu Softwareentwicklerinnen ausbilden. Bis 2020 will Baratang Meher 100.000 Mädchen unterrichtet haben, damit die Zukunft in Südafrika auch von Frauen gestaltet wird. An comic mal alles mit악art. Wir wollen so viele Frauen verschwe Karate, wie bei被 geholfen undanyím bist gle simples. Frauen, wie bei